hey leute mal so ein video abseits der üblichen sachen und zwar ist heute was feines für mich angekommen ihr könnt es vielleicht schon erkennen das feine stück hier und ich denke wir sollten das hier einfach mal auspacken und dann erzähle ich euch gleich mal was dazu fangen wir mal an als erstes müssen wir mal die folie weg säbeln ich hoffe ich hau da nicht irgendwo rein das ganze ist nämlich frisch erschienen heute auf amazon saturn mediamarkt könnt ihr euch aussuchen ist auch noch verfügbar ist noch nicht ausverkauft und zwar ist das die godzilla limited ultimate collectors edition in der 4k version dementsprechend wenn ihr 4k abspielgeräte und auch einen 4k fernseher habt dann könnte das eventuell interessant für euch sein ja gotzilla 214 limited ultimate collectors edition 4k folie haben wir entfernt so wie es aussieht ist das cover hier matt mit glanz applikation ne gotzilla selber ist matt und hier rundherum und auch denn das logo mit glanz applikation sieht ganz schick aus hier ist ein kleber drauf da bin ich kein fan und ich hoffe der geht leicht ab und wunderbar rückstandslos lässt er sich entfernen so sieht das ganze aus von vorne von der seite des bein kann man das sehen ja gut gut dann hier einmal die rückseite hier sind wir auch wieder hier rundherum glanz applikation der name auch und gottseller selber wieder ist mal wieder matt und hier dann halt die inhalte so eben kurz bevor ich hier weiter darauf eingehen das ganze ist natürlich dann jetzt in 4k verfügbar allerdings haben wir im deutschen anders als im englischen in der englischen version kein dolby atmos ja wichtig hier zu erwähnen leider für den deutschen ton kein dolby atmos für den englischen schon ich werde das ganze auch mal testen und euch dann wissen lassen was besser ist ja ich werde generell glaube ich mal zu der blu ray dann so ein kleines review auf nehmen und jetzt würde ich sagen gucken wir mal rein was wir so finden schütteln wir das ganze mal aus zum film kommen wir gleich das hier sollten jetzt die postkarten und das poster sein hier in dem kleinen umschlag so sieht er aus nochmal von hinten mit dem monarch symbol schauen wir da mal rein ich hoffe ich kriege das jetzt auf ohne dass ich es hier zerstöre das geht so dann haben wir als erstes mal pappe die uns entgegen geflogen kommt dann haben wir die postkarten einmal kamerafrau ist alles im fokus sehr gut zweimal hier haben wir dann den mutter gerade noch mal den mutter kurz vorm finale wie der adrian brody hinterher fährt und hier haben wir noch mal den finalen shot vom kampf zwischen gotzilla und dem mutter genau und dabei ist auch noch ein poster ich hoffe ich kriege das hier so einigermaßen rein moment moment doch das geht sollte funktionieren einmal das ist die vorderseite leider hat geknickt das kann man nicht verhindern und die rückseite sieht ganz cool aus wie ich finde perfekt kann man sehen wenn ihr es länger sehen wollt müsste es die pause drücken wir haben hier keine zeit die bürger warten das packe ich eben mal wieder rein auch sehr schön hier in diesem äh papp umschlag drin finde ich sehr gut ja so kann man das auch nicht verlieren diese sonne ähnliche edition gab es auch schon mal zu dem ersten predator film die habe ich hier auch kann ich vielleicht auch mal besprechen wenn ihr das möchtet und da war das so dass alles sehr lose einfach hier in dem schuba drin war und dann ist das halt alles ausgeflogen sehr unschön hier haben wir noch ein büchlein vorderseite rückseite noch mal muto mit japanischen schriftzeichen was ist da drin ich guck mal kurz rein ah ok ja hier finden wir anscheinend bilder aus dem film so sieht das ganze aus ja kann man sich hier schön durchgucken so ein kleiner bildband am ende haben wir sogar noch ein paar infos allerdings auf englisch wartet mal ich zeig euch das mal hier so und das sind anscheinend so monark sachen und so ein bisschen hintergrund infos zum film ist doch ganz schick am ende noch mal ein bild von godzilla jetzt kommen wir zur hauptattraktion nämlich der blu ray selber einmal die vorderseite ist auch schön mit wendeköver anscheinend das ist sehr gut niemand will hässlichen fsk flatschen auf seiner blu ray das ist die rückseite so dann öffnen wir das ganze mal dann haben wir hier einmal die 4k blu ray mit hdr dann haben wir hier noch mal die blu ray und anscheinend war es das auch das soll ja erst so was wenn sie mir ah ok ne dann war es das genau dann mache ich noch mal eben kurz das wendekover rein könnt euch das auch nochmal angucken flop zack 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 frickel frickel muss ja alles auch ordentlich sein ja so sieht das ganze dann nochmal mit dem Wende flatter aus ja wie gesagt die edition ist noch verfügbar das ganze kostet 36 euro es gibt das ganze aber auch noch nicht in einer normalen version also ohne den ganzen schnick schnack gibt es momentan nur in der edition finde ich auch irgendwie ganz schick ist zwar ein bisschen teuer vielleicht für manche aber ich dachte mir hey das hat jetzt so lange gedauert bis dann mal das ganze auch in 4k erscheint ganze sieben jahre und da musste ich einfach zuschlagen wie gesagt sehr schade deutscher tonen nur in dts hd master 7.1 ich werde beides mal testen und euch dann auch im review zu der blu-ray wissen lassen wenn euch das ganze gefallen hat lasst einen daumen nach oben da haut auf den abonnieren button und vor allen dingen möchte ich auch mal sehen mit was ich das ganze hier review ganze gucke ja dann kann ich euch mal ein bisschen was zeigen zu meinem in anführungsstrichen heimkino ja schreibt es gerne in die kommentare wenn ihr dazu auch ein video haben wollt und ich würde sagen wir sehen uns auch beim nächsten mal wieder wenn es wieder heißt der panda man ist am start macht's gut und bis zum nächsten mal